Und dann fangen wir jetzt nochmal an. Ich hab's nur noch so ein halbes Stündchen. Aber jetzt fangen wir hiermit noch an. Gute Nudelsterne und noch sechs Dublonen. Nice. Und wieder, ohne nachschauen zu müssen. Das freut mich. Das freut mich. La 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 la. Aber wäre schön, wenn wir das Spiel wenigstens mal komplett schaffen würden, ohne was nachsehen zu müssen. Mein Gute-Nudel-Radar kribbelt auch in meinem Magen. In meinem Magen. Gute Nudel-Radar. Gute Nudeln sind wir. Wir sind alles gute Nudeln. Ich weiß natürlich jetzt nicht... Da kann ich mich jetzt aber nicht dran erinnern, dass wir das schon mal gemacht haben. Das haben wir safe noch nicht gemacht. Huch. Yo, wir haben einen übersprungen. Ja, schon mal direkt. Die erste schnelle Dublone. Und da ist schon ein guter Nudelstern. Aber wir müssen hier Fleckchen nicht finden. Das ist natürlich... Ne? Bist du weniger, desto besser. Kann man nie anders... Kann man nie anders sagen. Warum dreht sich die Kamera denn immer, Kacke? Einfach nur Dublonen. Was heißt einfach nur? Das Level war mit der Stadt gleich auch ein bisschen unübersichtlich. Ein heiliger gute Nudelstern. Level auch nicht krass. Nur weil wir beim ersten Mal einfach vergessen haben, dass es diese Seepferdchen-Passage ja gab. Äh, dann ist klar, dass wir dann dachten so, oh mein Gott. Hä? Was ist jetzt? Das Level ist so kurz. Wie können wir so viel verpasst haben? Ähm. Hätten wir direkt daran gedacht. Hätten wir das auch direkt beim ersten Mal alles mitbekommen. Stimmt schon. Oh, was ist das? Okay, aber... Hoffen wir mal, dass wir hier ähnlich erfolgreich sind. Ah, diese Scheißviecher, ey. Ich hab... Nein, Mann. Lass mich in Ruhe. Und hör auf zu lagern. Spiel! Meine Fresse, Alter. Ja. Ich schwör... Rote Fahne? Wie rote Fahne? Nochmal eine Nebenaufgabe. Ich hol mir nie wieder einen Spieler verswitcht, wenn es das auch auf dem Computer gibt. Ich schwör. Alter, ist das ätzend. So. Moment, haben wir... Ja, lass mich in Ruhe. Ah. Aber ich glaub, hier ist nix weiter, ne? Die fliegende Holländer hat noch eine Aufgabe für uns hier. Okay. Was können wir für dich tun? Nein, nein. Nein, nein. Oh, sieh nur. Noch ein fliegender Holländer Kostüm. Das ist kein Kostüm. Ich bin der Echte. Der Echte. Beste. Wächste. Wreckste. Wächste. Ängste. Wie schrecklich. Sag mir die Aufgabe. Das ist eine weniger qualvolle Lösung, Käpt'n Holländer, Sir. Wie wäre es, wenn wir all ihre Kostüme tauschen? Naja, das ist nicht so gruselig. Aber das würde mir ein paar Stunden Verfluchung ersparen. Ja, dann. Okay, gut. Nehmt diese alten Halloween-Kostüme meiner Schiffskameraden. Wir brauchen sie nicht mehr. Schließlich sind sie Geister. Klingt einleuchtend. Und jetzt findet diese Hochstapler und kleidet sie um. Finde die falschen Holländer. Okay. Aber da steht jetzt auch nicht, wie viele es davon gibt, ne? Einfach nur die falschen. Also auf jeden Fall schon mal mehrere. Aber wie viel sind mehrere? Zwei. Drei. Vier. Siebenhundert. Das ist schon mal ein guter Nudelstern. Das ist schon mal Feini. Autschi. Feini. Autschi. Noch ein guter Nudelstern für Mr. Spak. Oh, noch mehr Gelee. Wir sind aber auch einfach gute Nudeln. Also, da kann man nichts anderes sagen. Da ist noch ein guter Nudelstern. Schon der dritte dann. Ähm. So. Den sollten wir jetzt als nächstes mal priorisieren. In unserer Wichtigkeitsstufe ganz unten priorisieren. Was natürlich Sinn macht. Uh. Yay. Ein heiliger gute Nudelstern. Aber noch keine fliegenden Holländer gefunden. Boah. Dieses Spiel. Ähm. Okay. Vor allem ist ja auch die Frage. Wie sind die Holländer verletzt? Äh, verletzt wollte ich schon sagen. Versteckt. Stehen die einfach so irgendwo rum? Und man kann die dann so sehen? Oder muss man irgendwie erstmal eine Tür aufmachen? Irgendwie. Keine Ahnung. Eine Barriere. Entzünden. Mit einem. Ähm. Seifenblasen. Kenneschläger. Oh. Fast gekossen. War das jetzt so schlau? Wo wir sagen. Da ist ein. Das war der echte fliegende Holländer. Hm. War nicht so schlau, da noch mal runter zu springen. Merke ich gerade. Aber kriegen wir den ja, ne? Ja. Moment. Da hat was grün geleuchtet. Ah. Okay. Hat aber nichts mit einem fliegenden Holländer. Latschel tun. Ei, 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 ei. Fliegende Holländer. Komm zu mir. Lieferung kommt. Lieferung kommt. Die große Grabe Pizza. Super knusperig. Uh. Okay. Klapp. Da ist noch ein guter Nudelstern. Ich hab noch einen gesehen. Und zwar genau da. Hä? Aber irgendwie. checke ich das nicht so ganz mit den fliegenden Holländern jetzt gerade. Ich sehe einfach keine. oi. Oi. Ja, ja, ja. Alles gut. Ist es das, wofür ich es halte? Ist es das? Wofür du es hältst? Und zwar ein Staubsauger. Nimm das. Wo kommt jetzt der Zweite? Hallo, ich brauche was zu saugen. Ja, her damit. Noch mehr. Oh mein Gott, wie konnten wir da nicht getroffen werden? Heilige Scheiße. Geht mir mehr zu saugen. Geht mir mehr zu saugen. Ja. Boom. Duplone, Duplone, Duplone. Yeah. Sehr schön. Sechs von zehn. Noch vier Duplonen. Ah. Ich sehe keine fliegenden Holländer. Ihr etwa? Warum darf ich da nicht hin? Was? Hallo, ich wollte auf das Trampolin. Ich darf da nicht hin. Okay, Spiel. Gehen wir halt woanders lang. Ne, if the Spiel says no, then no. Da hinten ist noch was. Das ist der gute Nudelstern. Aber wie kommen wir da jetzt nochmal hin? Äh, Moment. Von der Mitte aus? Oder so? Vielleicht? Ja, von hier aus, ne? Ja, hier müsste das gewesen sein. Uh, oder auch nicht. Geht's hier noch runter? Hä? Oh. Oh. Start. Ja, diese Schneckenpassage. Äh, können wir uns das nicht eigentlich... Ne, das ist nochmal schwieriger jetzt, ne? Die Feuerringe waren doch zuerst nicht da. Hä? War das beim ersten Mal auch mit diesen Feuerringen? Ne, oder? Was ist hier? Warum kommen wir da nicht hoch? Au, wir müssen... Ah, wir können... Hä? Doch, wir können sprinten. Wir können... Ach so, wie jetzt? Na ja, wenn wir A drücken, sind wir schneller. Ach so. Muss ich nicht. Ja gut, ob wir das jetzt noch... Aber sollten wir eigentlich trotzdem noch schaffen, von der Zeit her. Ja. Ach so, man muss sogar tippen. Halten nützt auch nichts. Aha, aha, aha. Ja, schaffen wir das jetzt noch? Ich bin mir da nicht so sicher. Hä? Irgendwie... Ne, der ist safe anders. Die Strecke ist safe anders. Oh mein Gott. Schaffen wir jetzt nicht mehr, weil ich nicht die ganze Zeit A getippt hab. Ich raste aus. Oh nein. Nur mal zurück. Schaffen wir das? Really? Stecken wir ein. Da wollte ich hin. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Aber okay, aber beschwören würde ich jetzt auch nicht. Aber so sind wir deutlich, oh Gott, deutlich schneller. Gibt es irgendwie... Gibt es irgendwie... Oh Gott, 20 Sekunden noch? Oder gibt es irgendwie eine Möglichkeit, noch schneller zu sein? Die ich aber jetzt nicht checke. Weil, oh, könnte trotzdem knapp werden, oder? Obwohl wir ja nichts falsch gemacht haben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das wird knapp. Hä, das funktioniert nicht. Moment, wir sprechen nochmal mit Mrs. Puff. Hat die nochmal einen Tipp für uns? Vielleicht? Hm. Was ist denn das? Also, Spongebob, du hast das Schneckenrennen schon zuvor gewonnen. Ach so, ja gut, sie sagt es sogar. Aber du bist noch ein wenig herausfordernder. Schon in Ordnung, Mrs. Puff. Ich mag Herausforderungen. Das weiß ich nur zu gut. Ja, aber ich brauche einen Tipp, wie es... Ich brauche einen Tipp, wie es schneller geht. Moment, das kann ja so nicht richtig sein. Hä? Wir haben das ja so schon versucht. Also, viel schneller geht doch gar nicht. Hm? Oder was mache ich verkehrt? Das schaffen wir. Ich tippe die so schnell auf A, wie es geht. Ohne irgendjemanden zu ersticken. Ich schwöre diesmal nicht. Schneller! Hallo! Ja, da... Das wird schon wieder nichts. Ich sag's euch. Das wird nichts. Hä? Oh, noch mehr Gelee. Oder? Jetzt sind wir einen Ticken schneller, ne? Aber... Nee, nee, nee. Wir sind genauso schnell wie gerade. Boah, das war aber ultra... Alter, was? Das war aber ultra knapp, man. Wie... Wie eng ist das bemessen? Hä? Das versuchen wir jetzt einfach nochmal. Das kann ja wohl nicht sein. Irgendwas stimmt da nicht. Ja! Einfach schneller sein. Einfach schneller sein. Komm schon. Wir sind die schnellste Schnecke der Welt. Ich weiß nicht, ob da irgendwas nicht stimmt. Hallo Simon. Moin. Guten Abend. Schön, dass du da bist. Wie geht's? Doch, wir sind schneller als gerade, oder? Ja! Liegt das daran, dass ich schneller tippe? Oder sind wir einfach nur einen besseren Weg gegangen? Ich weiß es nicht. Sind wir schneller? Wir sind jetzt bei... Ja... 23 durch diesen Ring. Oh mein Gott. Hallo, du sollst da runter. Ich glaube, das wird wieder nix, ne? Ja, komm schon. Junge, das ist ein Kinderspiel. Warum ist dieses Rennen so schwer? Ja, komm schon. Einfach nur gerade. Einfach nur gerade. Ja, schneller. Schneller. Oh, wir sind schneller als gerade. Wir schaffen es. Ja, 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 ja. Ja! Oh mein Gott, aber genau auf Null. Alter. Krasser Scheiß. Das war nicht einfach. Kriech, du verdammte Schnecke. Kriech! Ja, wir sind gekrochen wie eine kleine, alte, verdammte Schnecke. Okay. Ähm. Gute Nudelsterne. Oh. Hallo? Gute Nudelsterne und fliegende Holländer. Ja, diese fliegenden Holländer. Was ist mit denen? Wie geht es? Gut. Das ist schön. Bei mir ist auch alles gut. Wie war das Wochenende? Sehr gut. Schalke hat gewonnen. Konnte das Wochenende nur gut sein. Ach ja, ich erinnere mich. Wir hatten hier noch eine goldene Dubon, an die wir beim ersten Mal nicht rankommen konnten. Aber ansonsten nicht viel gemacht. Wir wollten ja eigentlich, oh. Wir wollten ja eigentlich an dem Samstag auch, na, ähm, Kreisliga gucken nach Wesel. Büdericher SV, aber das Spiel wurde verschoben. Kurzfristig. So, haben wir dann den Sonntag damit verbracht, äh, Santa Forest ein bisschen zu spielen. Einmal so geil, das Spiel. Da hinter dem Haus war was, welchem Haus, glaubst du? Hier, das meinte ich. Das ist das, wo wir noch nicht rankamen. Das ist schon mal gut. Das wird höchstwahrscheinlich eine goldene Dublone sein. Jo. Ich muss gleich nochmal schauen, was für ein Haus du meintest. Oder war es ein Fenster? Ja, ich glaub, ja, das war ein Fenster. Ich kenn das mit den Fenstern. Jetzt Dublone. Ja. Geilo. Zwei Dublone noch und zwei gute Nudelsterne und findet die falschen Holländer. Jo. Ich weiß noch nicht so genau, wo die sein sollen, aber die finden wir auch noch. Okay, cool. Was war das? Hallo? War nicht so ein Aufstand hier. Hm. Ja, von hier kamen wir. Das heißt, das haben wir soweit. Fertig. Fertig, fertig. Dann gehen wir mal hier weiter. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Ein Leck. Ein Riesen-Leck. Hä? Habt ihr das gesehen? War das eine Tafel Schokolade, die wir eingesammelt haben? Hä? Aber die müssen wir ja gar nicht finden, irgendwie. What the fuck? Da ist noch ein guter Nudelstern. Das ist nice. Checkpoint. Oh, und da ist noch ein Knopf für vermutlich eine weitere Dublone. Das wäre natürlich ultra nice. Weil dann sind wir schon wieder ziemlich, ziemlich weit. Aber ich muss die auch oh ein bisschen im Auge behalten. Zehn Minuten habe ich noch ungefähr. Ich würde sagen, dann schnappen wir uns noch die Dublone mit dem guten Nudelstern. Dann mache ich aus für heute. Ich will nur einmal wissen, wie man da überhaupt hinkommt. Wie kam man denn da nochmal hin? Irgendwie nach da oben. Bum, 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 bum. Bling, bling, bling. Nö, komm. Ich will jetzt nicht gegen euch kämpfen. Ich möchte eigentlich einfach nur nach da oben. Ja, genau. So geht es auch. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das schon hier wieder ne Phase ist, wo wir den Knopf schon mal gemacht haben, aber es ist ein... Nee, was ist das? Nee, haben wir das schon gemacht? Nein, ziemlich sicher nicht. Ich glaube nicht. Kann ich mich auf jeden Fall nicht dran erinnern. Weiß hat bei mir zwar nicht immer viel zu sagen. Oh, oh mein Gott. Hat bei mir zwar nicht immer viel zu sagen, aber ich kann mich jetzt hier gerade wirklich nicht dran erinnern. Schlau, was denn? Das wollte ich nämlich gerade eigentlich machen. So. Ja, da ist eine Duplone. Perfekt. Ja, das war auch bestimmt extra. Das war auch bestimmt Absicht. Nur noch eine Duplone, eine gute Nudelstern und die Holländer finden. Das klingt gut. Und da das jetzt hier in der Region schon genug davon gab, werden wir jetzt bestimmt weiter müssen. Aber jetzt ist natürlich wieder die Frage, wo war hier nochmal dieses Weiter? Ich kann mich erinnern, beim ersten Mal haben wir auch noch lange gesucht, wo das hier überhaupt weiter geht. Aber es war hier, oder? Ja, ja, hier ist ein Checkpoint. Okay. Lieferung, komm! Mal gucken, vielleicht finden wir ja noch etwas. Ein gute Nudelstern oder sowas. Oder noch eine Münze, wer weiß. Äh, Duplone. Was ja auch irgendwie eine Art Münze ist. Aber hier ist auch nichts mehr weiter. Ja. Ach ja, da war ja das Museum, ne? Okay, mal schauen. Stimmt. Das mit dem Gary-Kampf in dem Museum. Alles in der Zunge. Alles in der Zunge. Oh, noch so viel mehr Gelee. Oh, 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 oh. Oh, schau mal hier. Ey. Ja. Du, wie die uns einfach folgen. Nein, 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 nein. Aua, nein. Ich hab Nein gesagt. Fuck. Das ist nicht gut. Oh mein Gott. Wir müssen... Oh, das kann doch nicht wahr sein. Das ist halt die... Oh, das ist halt die Aufgabe hier, ne? Aber alter Scheiße, wir dürfen nicht einmal mehr getroffen werden. Das wird nichts. Das wird nichts. Ja, wir müssen hier weg. Ja, wir wurden getroffen. Ah, das sind zu viele. So, das machen wir jetzt noch und dann mach ich aus für heute. Ey. Das ist nämlich hier die Aufgabe für die Dublone, schätze ich mal. Nein, nein, das ist gut. Das ist gut, sag ich schon. Das ist schlecht. Äußerst schlecht. Wir müssen erst die Slime-Box wegkriegen. Die Slime-Box müssen weg. Ansonsten spawnen mich immer wieder neue. Ah, so. Slime-Box entdeckt und jetzt hier einfach wildes Rumgeprügeln. Boom, boom. Boom, boom, boom. Aber wie hat sich freit? Die Penner verschwindet einfach alle hier. Ah, ihr kleinen Pisser. Haben wir alle... Nein, du noch. Und shoot. Nein, die verbinden sich schon wieder. Du sollst kaputt gehen. So, jetzt haben wir alle, oder? Ach, jetzt haben wir alle. Wo ist meine Dublone? Ja, nice. Müssen wir auch einsammeln. Nein, einsammeln. Ja. Alle Dublone ready. Fertig. Ready, ready, fertig. Nice. Ja, ich habe keine Ahnung. Warum haben wir noch einen guten Nudelstern hier irgendwo? Nein, nein, nein. Okay. Wir bringen uns erstmal in Sicherheit. In Sicherheit. Au. Genau so meinte ich das. Ah. Oder da runter? Nein. Hier hoch. Da. Da. Ja. Sicher? Huh. Huh. War das jetzt der richtige Weg? Moment. Irgendwann stimmt hier nicht. Gute Nudelstern. Treffen. Ja. Nice. Aber wo sind jetzt die fliegenden Holländer? Wir haben alles fertig. Nur noch die fliegenden Holländer fehlen. Aber keine Ahnung, wo die sein sollen. Mal gucken, ob wir jetzt noch landen. Dann speichern wir. Dann mache ich aber wirklich erst beim nächsten Mal weiter. Ah ja. Ich habe bis jetzt noch keine fliegenden Holländer entdeckt hier, ey. Huch. Also die falschen fliegenden Holländer zumindest. Da müsste ja auch nochmal ein Checkpoint sein, ne? Oh. 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 Oder? Nein? Ähm. Aber hier ist halt der Kampf. Und danach geht es dann direkt weiter gegen... Äh. Nee, wieder zurück in... Wieder zurück in... Mal schnell. Bikini Bottom. Das heißt, die fliegen in Holländer. Muss es irgendwo hier vorgeben. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal erst. Ich speichere noch einmal. Geil. Und haben wir doch noch einiges geschafft heute. Mega gut. MUZIEK Mutta www.milkom.com